Hallo ihr Lieben, ich bin dieses Wochenende ja wieder im Hotel Keisel zugange und da ich dieses mal ganz anderes Zimmer gekriegt habe, letztes mal war ich am Herrenhaus, dieses mal bin ich im Haupthaus. Ich habe die Zimmer Nummer 207 und da das Ganze so anders aussieht, würde ich es euch gerne zeigen. Kommt doch mal mit! Hier vorne habe ich einen kleinen Vorhang, das ist quasi eine Garderobe für die Jackenschuhe und ich habe auch wieder einen schönen großen Schrank, nicht ganz so groß wie beim letzten Mal, aber vollkommen ausreichend für mich. Hier ist mein Badezimmer, wieder schöner große Schminkspiegel, das ist natürlich immer wichtig für uns Mädels und dieses Mal habe ich eine ziemlich neu moderne Dusche, die mir jetzt so spät betönt hat was. Und hier ist quasi der Rest von meinem Reich, hier ist meine Schreibecke und mein Fernseher. Und hier habe ich eine kleine Couch, beziehungsweise zwei kleine Sessel mit einem kleinen Tischchen. Hier steht mein schönes großes Bett. Wie ihr seht, es ist auch dieses Mal wieder dunkel draußen, deswegen gibt es mir die Balkonführung morgen jetzt. Hallo zu Teil 2 der Zimmerführung. Gestern war es ja leider zu dunkel für den Balkon, aber jetzt ist es zumindest noch halbwegs hell draußen. Mein Tag war leider sehr lang, deswegen ist es schon wieder etwas dämmerig. Aber es ist besser als gestern. Also kommt doch mal mit! Musik 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 Untertitelung. BR 2018